Der Bindermichl bietet mehr. Das wissen nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils zu schätzen, sondern auch viele, die hierher kommen, um das breite Angebot an Einkaufsmöglichkeiten zu nutzen. Besonders beliebt ist der Markt, der vorwiegend am Wochenende von etwa 20 Händlern und Erzeugern landwirtschaftlicher Produkte beschickt wird. Frisches Obst, Gemüse, Fleisch, Gebäck und Brot. Hier wird der Marktbesuch zur kulinarischen Erlebnisreise. Ich kaufe da einen, weil er erstens frische Ware ist, speziell beim Kitze, beim Gemüsemann. Er hat erstens moderate Preise. Sie sind freundlich. Ich kenne ihn schon lange. Ich gehe schon langsam einkaufen. Das ist der Grund, warum ich da einkaufe. Besonders der Fleisch mit dem mobilen Wägel. Der ist auch sehr gut. Er hat auch gute Ware und moderate Preise. Ich komme vom Froschberg extra herunter, weil der Standl hat immer frische Ware und es passt rundum einfach. Anschließend an den Markt finden sie noch zahlreiche Fachgeschäfte, die mit ihrem Angebot und der fachkundigen und persönlichen Betreuung punkten. Eine große Auswahl an exotischen Früchten und so auch. Qualität halt wahrscheinlich. Der persönliche Flair von Bindermichl, die kleinstrukturierten Geschäfte und sie kriegen alles an Bindermichl. Das ist glaube ich das Sensationelle, was Vag oder Vagbewohner haben, was es sonst eigentlich in kaum einem Stadtteil oder einem Land überhaupt nicht gibt. Ich bin ein Fachgeschäft und habe wirklich spezielle Sachen, man soll sagen, von Chemikalien über Tests. Ich schicke meine Tests bis Vorarlberg, bis in Steiermark und sie haben da wirklich persönliche Beratung und Top-Produkte. Egal ob Lebensmittel, Finanzdienstleistungen, Kleiderreinigung, Apotheke, Schmuck, Mode, Elektronik oder andere Fachgeschäfte und Dienstleister. Am Bindermichl finden sie beinahe alles für den täglichen Bedarf. Ohne auf Verkehrsmittel angewiesen zu sein, in die Innenstadt oder in ein Einkaufszentrum fahren zu müssen. Gerade auch ältere Menschen und Familien wissen dieses Angebot zu schätzen. Egal. 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 Egal.